Achtung! Eine Industrieanlage ist in Brand gelaufen. Giftige Chemikalien treten aus. Es besteht höchste Kontaminationsgefahr. Löschen Sie alle Brände. Reinigen Sie alle kontaminierten Personen. Wenn nötig, versorgen Sie alle verletzten Opfer und transportieren Sie beschädigte Fahrzeuge ab. Verstanden. Jawohl. In einem Gebäude ist es zu einer Geiselnahme gekommen. Versuchen Sie die Geiselnahme ohne große Zwischenfälle zu lösen und befreien Sie die Geiseln. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Alles klar. Bin dabei. Alles klar. Wird gemacht. Kein Problem. Die Geiselnahme. Die Geiselnahme. Die Geiselnahme. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay Sofort 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 Sofort